Herzlich Willkommen in unserer Gruppe Wasserquellenübersicht – Das Original Wasser ist Leben Wasser ist unser Leben Dein Blut besteht zu 90% aus Wasser und fließt direkt durch Dein Herz. Wasser sollte stets kostenfrei zur Verfügung stehen, darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Euch Wasserquellen in Eurer Nähe aufzulisten. Viele liebe Mitglieder haben uns Quellen in ihrer Nähe bekannt gegeben. Vielen, vielen Dank dafür! Durch die Kooperation mit dem Wasser-Wiki, was von Frau Claudia Nölting und Herrn Philipp Jarsch erdacht und erstellt wurde, sind eine Vielzahl an Quellen hinzugekommen. Herzens Dank, Ihr lieben Menschen! Bei dem Projekt Wasser-Wiki geht es um ein nicht-kommerzielles Projekt. Wissen um das Thema Wasser zu vermitteln und interessierten Menschen Informationen über Quellen zur Verfügung zu stellen, ist die Intention des Wasser-Wikis. Und auch unserer Gruppe Wasserquellenübersicht – Das Original. Die Quellenkarte vom Wasser-Wiki enthält interessante Fachartikel rund um das Thema Wasser. Ein umfangreiches Interview befindet sich hier in der Wasserquellenübersicht. Du findest es in den angehefteten Nachrichten ganz oben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, Euch dieses Video anzusehen, um zu erfahren, wie das Wasser-Wiki funktioniert, wie Ihr es anwenden könnt und was für wertvolle Informationen darin enthalten sind. Vielen Dank an dieser Stelle an den lieben Philipp! Stellt auch gerne Eure Bilder und Quellen dem Wasser-Wiki zur Verfügung. Kontakt bekommt Ihr unter der angegebenen E-Mail-Adresse direkt im Wasser-Wiki EU. Bitte stellt Eure Bilder dazu auch in unsere Gruppen. Wir freuen uns über Bilder und Quellen in Eurer Nähe! Die bereits erstellte Quellenkarte beinhaltet neben den bereits zusätzlichen Infos verschiedener Quellen auch sämtliche Quellen aus OpenStreetMap. Ihr könnt also schauen, wo es bei Euch in der Gegend eine Quelle gibt und diese dort erkunden. Verabredet Euch gerne in unseren Gruppen. Dafür sind sie da. Trefft Euch bei einer Wasserquelle und genießt das gemeinsame Beisammensein. Natürlich setzen wir voraus, dass Ihr die Quelle im reinlichen Zustand wieder verlasst. Das ist uns eine Herzensangelegenheit. Die Natur und die nächsten Besucher werden es Euch danken. In unserer Übersicht findet Ihr beim Eintritt und in regelmäßigen Abständen unsere Postleitzahlen-Übersicht sowie Gruppen für die Schweiz und Österreich. Bitte drücke auf die Schaltfläche von der Gruppe, die Dich interessiert. In Deiner Gruppe angekommen erscheint, nachdem Du auf Entsperren gedrückt hast, eine PDF mit allen aufgelisteten Wasserquellen. Diese PDF wurde von unserem lieben Admin JP erstellt. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle! Auf dieser Liste findest Du die Quellen in Deinem Gebiet. Sollte eine Quelle noch nicht aufgeführt sein, freuen wir uns, wenn Du sie uns in den Gruppen mitteilst. Wir werden sie dann der Wasserquellenübersicht in Deinem Postleitzahlengebiet hinzufügen. In der Gruppe findest Du Wasserquellen aufgelistet in Deinem Gebiet in der Wasserquellenübersicht mit der PLZ-Bezeichnung. Schreiben ist in dieser Gruppe nicht gestattet. Sie wird mit Informationen von unseren Admins gefüllt. So bleibt es übersichtlich. Natürlich freuen wir uns über Regenaustausch in den Postleitzahlengruppen. Alles rund um Wasserquellen und was Wasserquellen betrifft, kann dort angesprochen werden. Du bist dazu eingeladen, unsere Gruppen mit Deinen Beiträgen zu bereichern. Für das Thema Wasserfilter haben wir eine gesonderte Gruppe erstellt. In den Wasserquellengruppen soll es nur um Wasserquellen gehen und nicht um die Filterung dessen. Themenfremde Beiträge werden von uns kommentarlos gelöscht. Wir möchten so beim Thema bleiben und uns ganz den Wasserquellen widmen. Wir freuen uns über Deine Beiträge und Fotos von der Quelle, die Du besucht hast. Vielen Dank dafür! Mit Glück entstehen ja auch Freundschaften über unsere Wasserquellengruppen. Dazu bieten wir eine Umfrage an, an der Du eingeladen bist, teilzunehmen, um so Wasserquellenfreunde zu finden. Lass uns gerne wissen, ob Ihr Freunde und Herzensmenschen kennengelernt habt. Uns macht es Freude, Euch Freude zu bereiten. Mit Liebe und Engagement pflegen wir die Gruppen und die aufgeführten Listen. Und wenn Du uns unterstützen möchtest, kannst Du das unter der Rubrik Unterstützung und mit einem Einkauf in unserem Spreadshirt-Shop extra für die Wasserquellenübersicht das Original eingerichtet gerne tun. Die Pflege der Gruppen und der Übersicht nimmt viel Zeit in Anspruch. Zeit, die wir gerne investieren, um es Dir zu ermöglichen, frisches Quellwasser zu genießen. Wir betreuen alle Gruppen der Landsitzliebe, wie auch diese Wasserquellenübersicht, in unserer Freizeit. Darum freut es uns sehr, wenn Du diese Arbeit wertschätzt. Herzens Dank für Deine Gabe. Viel Freude und tolle Erlebnisse bei Deiner Wasserquelle und in den Gruppen wünscht Euch die Landsitzliebe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.